du kannst ja hier eigentlich absolut nix machen weil ich krieg ja keiner ich weiß nicht wo ich verbandszeug herkriegen soll hast du auch verbandszeug ich glaube man passt nicht also im grunde ist das hier günstiger jennifer sommer bedrohung ist 30 prozent du bist auf jeden fall recht darin was für handwerk büchsenmacher ok ach du scheiße brauche ich ja richtig viel material und sie modifizierte knüppel seltene waffenteile seltene waffenteile habe ich noch gar nicht das sind auch seltene ok guck mal ob ich modifizierten knüppel auf dem hier modifizierten knüppel machen kannst seltene waffentieren und seltene waffentieren und die 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 Ja, du bist jetzt Jamal, du bist in Medizin und Survival, ja, aber das hilft mir jetzt herzlich wenig. Oh, ich habe tatsächlich was gespart durch die Bandagen. Aber Mütze wäre nicht schlecht, ich kann aber zum Shop, was kann ich dir noch geben? Da habe ich nur das, äh hier, die verkaufe ich. Irgendwo brauche ich noch eins. Jamal, du. Du machst meine Mütze und du jagst mal über Nacht. Dann brauche ich mal Material, Munition. Ein paar Bandagen, schon mal besser als nix, sonst habe ich ja nix, was habe ich ja verkauft. Du jagst jetzt mal. Einfach nur, dass wir uns alle mal ein bisschen erholen über Nacht. Wir schaffen zwei Hektar, neun, Verpackung sieben, plus zwei Material, 18, ordentlich Material verbraucht. Ein Zombie, du greift das Camp an. Okay, so läuft das also, habe ich, ach so, die ist jetzt alleine. Aber es ist okay, damit kommt es eigentlich klar. Sollte sie. So läuft das mit Lechtern. Also ich würde mir ja Hilfe holen, aber es ist okay. Deshalb mindestens. Aber alleine bist du halt schon auf verlorenem Posten, sehe ich gerade. Aber ich bin besser als du. Aber wenn es drei wären, wäre es schon deutlich kritischer. Aber die erholt sich ja problemlos dann im Camp wieder. Ich brauche aber, ich muss da mehr Munition geben zum Fall der Fälle. Ah, super. Und sie hat wieder Leben gekriegt. Noch was? Nix. Bildes Level ab. Ansonsten keiner. Ähm. Aber... Uh, wirst wieder Wächterin sein. Kostet zwar ein bisschen Essen, aber das macht ja nichts. Ich will dich auf Maximum haben hier. Ich will dich auf Maximum haben hier. Du brauchst auf jeden Fall... Du brauchst auf jeden Fall... Neue Munition, das geht so nicht. Die ist auf dem Schrotkleide sehr weit gut. Dann gebe ich dir mal die Sanitätermunition. Dann gebe ich dir mal die Sanitätermunition. Achso, ich muss ja alle mal ausrüsten. Ausrüstung. Gut. Vier bis sechs. Und da wird schon mal sechs bis acht. Was ist das hier? Irgendwas. So viel besser Schalter nicht zu sein, wie ich gehofft habe. Was schade ist. Hier ist noch... Schrottpatron aus Stahl. So gut. Messing reicht erstmal aus, finde ich. Sonst haben wir ja leider nicht. Ich muss mehr Sachen finden. Im Grunde laufen wir hier nackt durch die Bude. Ah, warte mal. Das dachte ich mir schon. Gut. Die kriegt ordentlich Erfahrung, indem sie eigentlich hier verteidigt, was auch gut ist. Wir haben keinerlei Materialien mehr. Was? So. Highway nachts. Ich war im Camp. Habe ich noch überhaupt nichts gemacht. Angriffsvoll Munition. Häufige Pfunde. Nahrungsmaterialien. Neue Kleidungsstücke. Was? incar das Accos an de мечf UND! Ich pret tek��, auf dasum ein Vergleich zu sehen! Lef, wie ich .... Ich mach mich noch mal! Ich bin ein Bezug,Quest. Ich verspreche! Wir sind nicht ganz... Eigentlich hätte ich gern noch einen Tag gewartet, aber irgendwas sagt mir, dass ich gar nicht so die Zeit habe. Ich muss bei diesen heimkippischen Stifträgern auch treffen. Nervlich. Okay, jetzt wieder wach. Danke! Ja, ich schaue irgendwo vertratet zu sein. Jamal, du warst was wir da. Also, die Kiste öffnen, lustig wird. Eine Vorrichtung, die schmerzt. So, aber ist da nicht heute was drin? Wo finde ich den Raststetten? Oh! Oh, Schlipsträger. Erstmal den Stolper töten. Und den Schlipsträger dann wieder umtreten. Ich glaube, ich mache gleich mal einen Streuschutz. Oh, nicht beißen, du! Oh! Ich glaube, ich mache gleich mal einen Streuschutz. Sollte reichen. Oh, er hat aber auch immer geblockt. Einfach mal eine Kugel geblockt, natürlich. Jamal, die Kug entdeckt an der stehende Raststätter. Vorsicht, beint euch den Weg durch das Gebäudentopf, keine Zombies auszudecken. Und die Chance, Ration und Snacks zu finden. Okay. Okay, das wäre Raststätter 1. Ich hab's ja gesagt. Der Preis scheint ja zu sein. Und dort warten sich in der Nacht zusammen. Das ist eine Chance für gute Funde. Oh, ja. Also die Regeneratspritzer wird tatsächlich ganz gut gefallen. Da krieg ich noch mal drei Werkzeuge. Ich brauche aber eigentlich Material. Wie gesagt, die Regeneratspritzer wird eigentlich sehr gut gefallen. Die machen ja immer mehr kritische Chancen. Da habe ich das Gefühl. So, das noch mal. Ach, ja. Oh, ja. Oh, und da können. Da kann ich jetzt schon gekriegt. Ich hab's schon gekriegt. Ein Lebenspunkt. Ah, ich hab's auch zwecken. Ich hab' keine Chance, ob wir das nächste Mal finden. Okay, ich hab's noch mal. Ich hab's noch mal für mich. Ich hab's noch mal für's, ich hab's noch mal für's. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ja, mach ich mir etwas zu tun. so bist du noch mal frühstück nicht wirklich nehmen bitte wenn ich voll unter die kunde auch kommt die nicht mehr richtig auf die beider neue waffen der rp aber aufschlussend weil es geht versehentlich zu drehen aber ich muss ja trotzdem die sachen aus dem fliegen der macht sich doch bezahlt wenn ich darüber nachdenke ich weiß nicht wie viel die das hier gibt für krankenschwestern wenn ich darüber nachdenke das erste mal dass ich verbandszeug finde ich bin dafür gar kein material ich glaube wenn ich die quest gemacht habe gehe ich zurück aber das ein bisschen regenerieren kann der schiffsträger der schiffsträger ist eigentlich das schlimmste von denen versuche ich mal den um zu hauen wegen seinem beißen ja genau das 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 Ich hoffe, dass irgendwie ein Material kommt. Ah, der war scheiße. Angeschlagene Steine und Kassanten, okay. Oh, das sind Wellen. Wobei reicht ein Kampf zwischen einem Überlebender, Hirte und Tote. Ja. Okay. Okay. Ich hab' nicht überlebt. Was fällt dir ein? Ja. Ja, kaltbruch ich eh rein. Ja, das dauert. Ja. 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 Ja, ja. Ach ja, zwei Wellen. Hoppla. Jetzt haben wir hier nochmal das Gleiche so ziemlich. Natürlich. Habe ich ein bisschen... Ah, wenn's geklappt hätte hätte ich gesagt, ich hab' ein bisschen Zeit. Nee, grad den anderen Typ mal. Mal komm, der kostet mich nichts, wenn der verletzt ist. Ja. Ah, ich hab' so uneffektiv zu sein. Wie ich auch mal auf die Fresse kriege, weil ich hier Leuten helfen will. So, jetzt gib mir dein Kram. Die Bistenbeschützer, die Färbenzutatte ist fast abhängig. Danke, schenke ich euch etwas Weckzeug und Altermann. Das ist wirklich nett. Danke. Da sagen wir nicht nein. Okay, der Schütziger hat eine Schwester. Das geht doch gut. Ja, aber wenn es weitergeht, geht es nicht mehr lange. Gut. Jetzt haben wir im Grunde bloß noch einen. Der wird nicht mehr zum... Der andere... Jetzt kommen sie nicht mehr zum... Ach, Moment. Der Schlipsträger... Der steht da gleich wieder auf und ist dann wieder dran. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht gereicht. Oh, endlich Material. Danke. Okay, das kann... Das kann sieben machen. Wie geht's uns? Noch okay. Oh, ich habe eine Witze gefunden. Ich kriege das irgendwie manchmal gar nicht mit, dass ich Sachen finde. Wer haben wir denn jetzt schon? Ich bin wenigstens schon mal ausgerüstet mit allem, was geht. Ich bin wenigstens schon mal ausgerüstet mit allem, was geht. Ich bin wenigstens schon mal ausgerüstet mit dem... Ich bin wenigstens... Ich bin wenigstens schon mal ausgerüstet mit dem Tier. Böhnert. Wuhu! Sieben Schuss! Und die Fangenstelle. Spitzkrieger dabei. Dann dauert noch, bis sie das nächste Restaurant findet. Ach, die lebt noch, so ein Licht! Ne, die würde entweder heilen oder angreifen, von daher kann ich nicht lassen. ich habe mich hier wieder umbocken da der ehemal zuerst dran ist bringt das wenig den zustand tatsächlich weil wenn er aufsteht direkt halt trotzdem an weil die runde anfängt mit einem lebenspunkt noch dasteht also werkzeuge finde ich fast schon zu viel im fels am material und jetzt auch noch nichts schlimmes ich hoffe darauf dass ich jetzt bald mal das gutes finde aber du brauchst in jedem stück kuchen ich sag dringend gar nicht mal so schlecht aus tatsächlich medizinbeutel technik schuss machen kann es wirklich am meisten machen wenn du munition hast als er die letzte raststelle momentan zieht du merkst ja wie sich ein kopf mit zombies in unserer richtung bewegt kürbel dann kannst du dich in den gang gesagt werden wir wohl nicht sagen das kann nicht sein aber so sicher sie marschieren einfach in der haupte ansatz keine panik wer hat mir noch eine chance die zu überlesen mach ich nicht mit lass uns gehen wir haben ein halbes kurzen ration gesammelt das wird nicht reichen kommen wir ja kein feigling das hatte ich ernst nicht ruhig und schützen können bis später du bist so ein arschloch ich sage ich kann und an die man sich selber aufhalten kann das merkte insbesondere jetzt als wenn eine kurzen Somme würdest denken ne das mach ich fertig die scheiße weil wir jetzt nicht gut geheilt sind der hat auch noch die schrotflinte dabei der arsch die verding die die Also Bill geht mir ein bisschen auf den Sack, dass er jedes Mal wenn es Probleme gibt sofort abhaut. Seine Schrottwitte wäre jetzt hier echt nützlich gewesen. Weil ich hätte jetzt voll den Vorteil gehabt. Wow, gut. Ah, der lebt noch. Jamal könnte drauf gehen, wenn es schlecht läuft. Danach hau' ich auf jeden Fall ab. Da geht es sehr, sehr schlecht. Ich glaube, ich habe doch einen... ach, das ist ja ein Schlipfträger. Nein. Ich schieße ihn jetzt einfach. Gott, dein Schuh. Habe ich jetzt trotzdem das Ding geblendet? Ähm. Ja, toll. Weißt du was? Ich hau' ab, denn ich bin ja abgehauen, der Arsch. Was für ein Pisser! 6... 3... 7... Ich habe heute zwei Notrufe abgenommen. Zum einen von einer Gruppe Passanten und zum anderen von einer Krankenschwester. Wir können nicht alle retten. Du musst dich entscheiden und sofort reagieren. sobald jemanden gefunden hast, wählst du dich bei mir im Funkgerät und ich kümmere mich um sie. Ja, das scheint sich ja zu überschlagen. Ich komme gleich zu dir lieber, wenn ich mehr Informationen brauche. Ich würde es machen, weil dann kann ich das ja gleich mitmachen. Ach ne, das ist nachts, ne? Ganz ernsthaft, Bill. Du bist so ein Wichser. Notruf. Will, du kommst gleich wieder in die Party. Will, kann nicht mit in die Party. Warum kann Bill nicht mit in die Party? Ist ja schon wieder verärgert, der Pinner. Er kann schon wieder... Ganz ernsthaft Bill, du gehst mir sowas von auf den Sack? Nix Gutes, aber auch nichts Schlechtes. Okay, dann nehme ich halt dich mit. Ich habe jetzt zwar keinen Wächter, aber Bill... Ach hier, Status nicht ansprechbar. Wenn ich anspreche, kann keine Jobs ausführen oder in die Party gezogen werden, um die Gegend zu erkunden. Nach einigen Tagen hat sich das... Das geht nicht, Leute. Du kannst ja so... Denk doch mal nach, wen du retten willst. Entweder machst du dich auf dem Highway, sondern auch Überlebenden, oder stellst du den Wald ein Besuch ab. Okay, ich würde fast den Wald sagen. Ja... Taxi, warum... Waren wir da schon mal? Ja... Was gibt's da in der Nahrung? Material vor allem. Das Knacken ist für eine ständige Sorge, ob sie streuen oder teufelige Wölfe herumtreiben. Wenigstens zuckt die strahlende Sonne dafür, dass der Wald nicht gruseliger aussieht als die Untoten, die sich hier herumtreiben. Das ist die Schriftgasse. Das sind die Schriftgasse. Das war also in der Schlacht.